So, guten Morgen und willkommen zurück zu Rossum 2100 mal wieder. Oder immer noch. Oder zeitwärts. Auf jeden Fall. Weitermachen. Ja, denn wir sind... haben noch einiges vor. Ja, was haben wir... was haben wir überhaupt vor? Ne, verdammt, gute Frage. Ich glaube, ja, mein Commander war nicht mehr zugewiesen. Ja. Geil. Scheiße. Okay. Okay. Hast du noch irgendwo jemanden zugewiesen? Nein, und ich hab da... boah, hab ich viel Einladen. Haaa. Wo kommen die alle her? Hatt ich so viele? Gruppe 2. Hä? Bin ich besoffen? Äh, nein. Wieso ist das Gruppe 2? Das sollte nicht Gruppe 2 sein. So, wir sehen uns erstmal alle an. Dich weisen wir da erstmal zu. Und dich und... Ja, dich auch. Warum nicht? Flammenwerferketten? Hä? Wo kommen die her? Was seid ihr für welche? Ah, ich weiß, welche ihr das seid. Das seid ihr aus dem Transporter. Richtig. Deswegen dampft der auch so euch. Ja, genau. Ich bin schlau. Ah, der war gut. Ah. Jetzt sag nicht, ich muss die Einzelne da... Hm. Sind sie einmal zugewiesen? Muss ich... Ah, wie geil. Ja, toll. Toll. 11 von 14. Bist du schon zugewiesen? Nein. Warum nicht? 11 von 14. 11 von 14. Ah, dann sind alle schlott. Duh. Passen sie hier den Benutzer eben voll an. Ja, ja. 14, 14. Okay. 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 Du und du ist halt jetzt 1. Und du fährst mal mit deinen Leuten darüber. 11 von 14. Die Basis ist so scheiße eng. 11 von 14. 11 von 14. 11 von 14. Echt? Ich... Ich... Scheiße, hab ich die gebaut. Hm. Ja. Ui. 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 Was... Was ist das? Was ist das? Eine riesige Satellitenschüssel? Damit man die Pornosendungen besser empfangen kann. Oh Gott. Das ist doch noch... Bunga Buster. Nein, ich werde jetzt nicht wieder Packbuster sagen. Nein. Ich bin schlau. Pfff. Wer es glaubt. Pfff. 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 Äh. Verdammt. Ihr seid auch noch nicht... Na ja, ich weiß euch jetzt lieber mal nicht zu. Das könnte jetzt gleich ziemlich eklig werden. Was haben die vor? Hä? Wir fahren da jetzt da rum und machen die bloß Angst. Ja, hö. Können wir was erforschen? Nein. Pff. 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 Nachdem sie der Feind schon hat. Ja. Tja. Ganz toll. Wieso wundere ich mich das überhaupt nicht? Und er hat gemeint, da kriege ich noch was Tolles. Äh nein. Der Feind hatte noch irgendwas total unlustiges. Das mir sehr viel Spaß bereiten wird. Und ich befürchte, es wird mir überhaupt nicht gefallen. Pff. Hey, guck mal, wir haben hier... Hä? Pff. 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 Ah, jetzt. Wir haben hier ne Atombombe, hör. Du hast keine. Pff. 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 Toot. Pff. Oh, Pff. 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 Ja. Pff. Wozu Luftabwehrbauer brauchen? Brauch'm eh ned. Man bin ich schlau. Pff. Ich brauch noch ne Reparaturplattform irgendwo in der Basis. In der Basis, wo ich so unglaublich toll viel Platz hab. Wir können sie zum Beispiel nirgendswohin bauen. Oder wir bauen sie mitten an Weg nach. Wir können sie halt echt... das gibt's doch nicht. Na gut, bauen wir sie da hin. Wayne! Und was bist du denn? Was ist das? Ist das ein Zielsuchgerät für die Luftwaffe oder was? Instruktion abgeschlossen. So. Das könnte jetzt wieder dauern. Zwei Monate später. Hu hu hu. Gebäude wird angegriffen. Oh, fickt... Was? Oh, wie oft und... Nein! Fickt euch, ihr dummen Wichser. Hey! Mach dir auch mal was! Neu! Wir schauen lieber zu, dass die Wiese uns angreifen. Machen wir dir die Dinger halt aus, dein! Boah, was haben die schon da für Waffen? Alter! Wieso machen die so viel... Derbe Damage? Hopp, fahrt mal zurück in die Basis, Alter! Moment. Du sollst zurück in die Basis fahren, du dummes Idiot! Oh, ich krieg schon wieder das Kotzen! Oh, ich krieg schon wieder das Kotzen! Geil! Und ich muss da runter... Ja, fickt euch, ihr Wichser! Gebäude wird angegriffen! Ach, meinetwegen! Repariert mal ein wenig schneller! Oh, wie soll alle in der Gegend rumfahren und nicht reparieren und... Oh, was?! Ah, das sind die Bunkerpaste... Ja... Hack auf! Nein! Oh, fickt euch! Ihr fahrt da jetzt nicht draußen! Nein, ihr bleibt da hinten! Oh, wie schnell können die schießen?! Seid ihr endlich mal fertig repariert?! Na, komm schon! Oh ja, jetzt reißen sie alles einfach wieder weg! Ja, er hat eh nur da drin rum und macht nix! Hopp, vernichten jetzt! Warum ist der Kommando immer ganz vorne an der Front? Warum?! Müsst ihr nicht ein wenig weiter hinten stehen?! Irgendwo, wo er nicht gleich sofort ausradiert werden kann?! Oh, fickt euch doch! Speichern! Irgendwo! Da! Mann, ja, ich darf jetzt natürlich wieder alles aufbauen! Geil! Okay, so fährst du nicht zur Reparatur einfach hin?! Nein, ich bleib lieber stehen! Was hast du denn vor?! Was will er...? Dammit, ich hab's jetzt verstanden! Das ist auch eine Scheiße. Ach, du fährst auch nicht zur Reparatur. Nein, wozu denn auch? Wozu denn auch? Oh nein! Nicht auf meinen Commander! Alter, warum haben denn ihre Lancer-Raketen viel mehr Power als meine? Die cheaten doch. Was blinkt davon? Ist das eine vorgeschobene Basis? Muss ich dir das platt machen? Oh, sie haben uns eine vorgeschobene Basis platt gemacht. Jetzt greifen wir richtig an. WUSCH! 20.000 Panzer! Yeah, wir haben alles platt. Ich sehe es kommen, so wird es laufen jetzt gleich. Oh nein. Wozu ist das Licht? Ich lasse den angreifen und die schießen dahin. Ihr seid so toll schlau. Feindliche Basis entdeckt. Gebäude wird angegriffen. Nummer 1, meldet! Oh nein, nicht schon wieder Mercer. Hauptvector. Nummer 3, meldet! Geile Scheiße. Wo ist die Luftabwehr? Da ist Luftabwehr. Okay, jetzt brauche ich 20.000 Luftabwehrstützpunkte. Ja, Stützpunkte, genau. Ich baue keine Gebäude, ich baue direkt Stützpunkte. Was denn sonst? So, seid ihr vier jetzt repariert. Fünf. Ist das fünf? Ist das fünf? Okay. So, zehn, eine? So, hat er nur eine Einheit zugewiesen? Nummer 1, meldet! Konstruktion abgeschlossen. Egal. Nummer 3, meldet! Ja, repariert man die Gebäude. Warum stehst du da oben? Habe ich dich nicht auch drei zugewiesen? Ihr könnt mich alle mal, wisst ihr das? Nummer 1, meldet! Ich muss speichern. Dann fühle ich mich besser. Ich habe mich getäuscht. Ich fühle mich immer noch scheiße. Ich baue, baue ich aber Flax. Ich baue aber Flax. Ich baue aber Flax. Oh, ich habe zur Schuhe eine Luftabwehr-Einheit hingebaut. Ach ja, richtig. Sie werden ja sofort von den Truppen abgemeldet. Bau das mal einen Ölturm. Ölbohrturm. Ah, ich vergesse schon wieder, was ich in Deutsch kann. Ich kann kein Deutsch. Äh, richtig. Da war das Problem. So, was? Ich wollte noch Einheiten bauen. Ich baue Einheiten. Ja, ich baue Einheiten. Konstruktion abgeschlossen. Das ist der falsche Commander. Das ist der richtige. Bingo. Dann bauen wir noch zwei davon. Zwei habe ich gesagt. Schweres Maschinengewehr. Hm, 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 nee. Nee. Ich baue lieber noch ein. Was davon und apropos. Löschen wir doch gleich. Warte, Moment, Moment. Äh, lupf. Hm, das ist die Schwäche gegen... Ich sollte vielleicht mal wieder schauen, was effizienter ist. Okay. Der Raketenwerfer kann ich mal anhören. Mithalten. Tschüss. Auf Wiedersehen. Feierabend. Schluss mit lustig. Speichern. Mal wieder. Boah, finde ich schon wieder an, ey. Alle zwei Sekunden wird gespeichert. Oh nein. Ich bin zwei Meter vorwärts gefahren. Ich muss speichern, sonst verliere ich den Krieg noch. Es ist so lächerlich, die Flagge. Die Geschwindigkeit, mit der die schon schießen. Es ist so lächerlich. Es ist so absolut nicht.